Also ich warte gerne beim Impfen und bei alles, verstehe ich total, aber bei Frisirpen, da haben die Leute mit Pony Vorrang. Dann laufe ich im Krankenhaus nicht mehr rum wie in Neandertaler. Wir kommen ja schon vor wie dieses Schaf, wissen Sie, mit den 38 Kilo Wolle auf. Aber ein bisschen länger ist auch schön. Fühlt sich super an, ein halbes Kilo leichter und schön frisch, ganz anderer Mensch auf einmal.